Wunderschöner Schmuck, der Ihre Schönheit noch mehr zum Ausdruck bringt. Von St. Leonhard haben wir Highlights für Sie vorbereitet. Hier sehen Sie schon einen wunderschönen Ohrstecker an einer wunderschönen Dame und genau so dürfen auch Sie aussehen oder Ihre liebe Frau. Jetzt geht es los mit Schmuck für Sie und wenn Sie noch ein schönes Geschenk brauchen, natürlich auch für ihn. Wir haben ganz tollen St. Leonhard Schmuck für Sie vorbereitet und hier sehen Sie schon wunderschöne Ohrstecker, ein Kugelgehänge mit Kristallverzierung vergoldet. Es bringt die Schönheit noch mehr zum Ausdruck und ist ein absoluter Blickfang. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben und freuen uns jetzt auf ganz, ganz schönen Schmuck mit Ihnen von St. Leonhard und mit meiner lieben Kollegin der Kathi. Hallo Jana, wir haben wunderschönen Schmuck für Sie vorbereitet. Da hast du recht. Ganz tolle Stücke aus dem Hause St. Leonhard und wir haben es gerade schon im Film gesehen. Wir beginnen mit diesem tollen Ohrstecker hier. Und zwar, das sind kleine Kugeln, die so sehr schön angeordnet sind, ganz locker in der Anordnung. Die oberste Kugel, du siehst hier mit diesen Glitzersteinen. Wir sprechen hier von Kristallverzierung, vom böhmischen Kristall. Auch die Kugel hier unten, diese größere. Schau mal, wie die funkelt, wie die glitzert. Auch hier böhmisches Kristall in dieser tollen Anordnung. Und ich bin totaler Fan von diesem Ohrring. Ich trage sie selber immer gerne. Schauen Sie, ich finde die wunderschön, weil die einfach so locker hängen. Man kann die im Alltag sehr schön tragen, aber dann auch elegant am Abend. Da sehen wir es hier sehr gut. Ich nehme meine Haare ein bisschen zur Seite. Da sieht man das sehr gut. Die funkeln und glitzern und sind einfach einmalig. Also ich finde sie sehr, sehr schön. Die sitzen gut am Ohr und das macht es für mich immer aus. Ich brauche einen Ohrring, der gut sitzt. Ja. Aber der trotzdem, ich liebe ja auch, wenn es ein bisschen funkelt, ein bisschen glitzert. Und das tut dieser wunderschöne Ohrring hier aus dem Hause St. Leonhard. Und ich finde ihn auch ganz einzigartig, weil solche Ohrringe sieht man nicht so oft. Gerade hier mit diesen süßen kleinen Kügelchen. Das macht es einfach aus. Und wir sprechen hier bei unserem Schmuck vom böhmischen Kristall. Also diese kleinen Kristalle, die hier so schön glitzern, die Sie sehen, das ist böhmisches Kristall aus der Region Böhm und Schlesien. Also das heutige Polen, beziehungsweise die tschechische Republik. Ende des 13. Jahrhunderts wurde dieses böhmische Kristall quasi entdeckt. Da ist das entstanden. Und dann ist es wieder aufgekommen in der Zeit von Artdeko, wo ja viel auch mit Glas gearbeitet worden ist. Da wurde das quasi wieder neu entdeckt. Und hier ganz modern, ganz wundervoll verarbeitet von St. Leonard. Also sieht einfach traumhaft aus. Und gerade hier diese tollen Ohrringe, wenn Sie einen Ohrring suchen, der halt ein bisschen hängt mit so einer lockeren Anordnung. Trotzdem dieser edle Effekt, dieses Funkeln durch das böhmische Kristall hat, dann sind Sie hier richtig. Dann müssen Sie den einfach bestellen, vor allem zu diesem fantastischen Preis. Ich habe diese Ohrringe gesehen. Wenn man an anderer Stelle dann mal schaut, bei den Juwelieren, gibt es ja die einschlägigen Marken dann auch, wo man schauen kann. Da liegen diese Ohrringe einfach mal bei 180 Euro. Und genau so sieht es auch aus. Ja, man erkennt keinen Unterschied. Nein, man erkennt keinen Unterschied. Es ist wirklich der Wahnsinn. Und hier halt St. Leonard, durch die Masse einfach, die dann auch irgendwo produziert wird extra für uns, können wir diese fantastischen Preise dann anbieten. Das ist natürlich klar. Beim Juwelier, da kommt dann auch noch die Raummiete dazu. Und, und, und. Da sind die Preise teurer. Aber hier bei uns heute, da kann man sich solche tollen Schmuckstücke, die an anderer Stelle einfach mal 180 Euro kosten, dann hier für einen kleinen Preis leisten. Und es sieht ganz, ganz toll aus mit hochgesteckten Haaren, wie man jetzt bei dir sieht. Aber auch, wie Sie im Film gesehen haben, mit offen, dann wallender Mähne. Aber gerade, ich finde, hängende Ohrringe finde ich so schön, auch bei einer Kurzhaarfrisur. Stimmt. Wenn du eine Dame hast, mit einer schönen Kurzhaarfrisur, schau dir das an. Vielleicht so ein paar Strähnchen hier so raus, die das noch so ein bisschen umspielen. Aber gerade bei einer Kurzhaarfrisur, da wirkt ja das Ohr noch so richtig wie Ohrringe. Und da finde ich das fantastisch. Greifen Sie zu. Ja, jetzt erhältlich zum TV-Sonderpreis, liebe Zuschauer, für nur 28 Euro und 41 Cent. Unser Ohrstecker mit den verschiedenen Kugeln dran, mit den böhmischen Kristallen. Jetzt erhältlich mit der NX 3843 und der 569 das perfekte Geschenk für eine wunderschöne Frau. Oder gönnen Sie es sich selbst, liebe Zuschauer. Das dürfen Sie natürlich auch. Tun wir ja ab und zu uns auch mal selbst was gönnen. Das muss man auch, oder? Ich finde auch. Gerade bei den Preisen, da kann man sich auch das ein oder andere Stück dann gönnen. Denn unsere Stücke, diese Schmuckstücke, die wir Ihnen heute zeigen aus dem Hause St. und Leonhard, sind alle untereinander gut zu kombinieren. Wir zeigen Ihnen nicht nur Ohrringe, sondern selbstverständlich auch Armkettchen. Wir zeigen Ihnen wunderschönen anderen Schmuck. Deshalb bleiben Sie dran und stellen Sie sich vielleicht Ihr Set dann auch selber zusammen. Weil es ist schön, wenn man zum Beispiel einen Ohrring hat mit einem passenden Armschmuck dazu und einer passenden Kette. Das macht es immer noch edler, noch kompletter. Und der nächste Ohrring, den wir Ihnen zeigen wollen, auch den habe ich jetzt direkt mal dran gemacht. Wunderschön. Ich glaube, das beliebteste Modell hier bei uns, das kann ich ganz klar so sagen, da wurde in der letzten Sendung, wo wir diesen Schmuck präsentiert haben, reichlich zugegriffen. Und gerade dieser Ohrring, den hat es allen angetan, weil wahrscheinlich alle gesagt haben, oh, wie süß ist das denn? Das ist so ein kleiner Würfel. Und Sie sehen hier, pro Würfelseite sind 16 tolle Kristalle angeordnet. Und das funkelt natürlich, das dreht sich so ein bisschen. Es war ganz süß, einige Damen haben mich da angesprochen, die treffen sich immer untereinander, das ist so eine Freundinnengruppe, so ein Mädelskreis, die treffen sich immer und machen dann so Würfelspiele und sowas. Ah, zum Spieleabend. Genau, und die hat gesagt, oh, das ist so toll, wie viele kann ich denn davon bestellen? Ich würde gerne meinen ganzen Freunden diese Ohrringe schenken. Das ist so schön und selbstverständlich können Sie auch gerne fünf oder sechs bestellen. Das ist überhaupt kein Problem. 23,66 Euro hier der Preis und wir sehen, wie schön das funkelt und glitzert. Ein ganz pfiffiges Design an dieser Stelle. Auch hier selbstverständlich vergoldet und dann diese tollen, tollen Kristalle da drin. Das sieht wunderschön aus. Oben dieser große Bügel, der wird gerne genommen, ist scheinbar auch sehr, sehr beliebt. Und da sieht man hier sehr schön, wie das funkelt und glitzert. Hängt natürlich auch so ein bisschen und wackelt dann so ein bisschen hin und her, so ganz neckisch. Ja. Also eine ganz, ganz tolle Idee, ein tolles Mitbringen. Und wie gesagt, bei unseren Kunden aus der letzten Präsentation heraus schon unglaublich beliebt. Also der beliebteste Ohrring, muss ich sagen. Ich war total überrascht. Ja. Weil wir kommen gleich noch zur Kreole. Und ich dachte eigentlich, die Kreole, so klassische Kreole, ist das beliebteste? Nein. Es war der Würfel, der mal gestellt worden ist. Der hat großen Anklang gewonnen. Hat mich fasziniert. Ja. Also habe ich gesagt, wow, dass unsere Zuschauer dann so aufgeschlossen sind, auch mal für so was pfiffiges. Das freut mich natürlich. Aber das Pfiffige ist halt auch ein Schmuckstück, das man wirklich mal jeden Tag tragen könnte. Auch mal zu einem Alltagsoutfit, ne? Ja, das wird nie langweilig. Genau. Das ist das. Das ist mal was Außergewöhnliches, was nie langweilig wird. Und da kann ich unsere Zuschauer verstehen, selbstverständlich auch die Herren, die dafür für die Damen zugegriffen haben. Weil du sagst, es wird auch gerne von unseren Herren bestellt, gerade die St. Leonhard-Produkte. Da kann man für kleines Geld, wenn sie jetzt sagen, okay, Valentinstag steht an oder der Geburtstag oder sowas. Oder einfach mal nett zwischendurch. Da kann man so Kleinigkeiten für kleines Geld bestellen und kann selbstverständlich dann auch immer wieder bestellen. Weil wenn sie beim nächsten Mal nicht wissen, was sie schenken sollen, dann gehen sie einfach vom O-Ring dann zum Beispiel auf ein Armkettchen passend dazu. Auch das ist dann möglich. Da kann man dann eine ganze Serie zusammenschenken. Da hat man immer das nächste Geschenk schon parat. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Da hast du absolut recht. Weil oft gibt es Personen, da denkt man, die hat schon alles. Was kann ich der noch schenken? Und wenn sie hier ein Schmuckstück auswählen, dann haben sie so viele Kombinationsmöglichkeiten. Und Frauen stehen da ja total drauf. Wenn der Mann Geschmack hat und wenn er sich Gedanken macht. Und ich glaube, sehr wenige Herren denken daran, dass Schmuck zueinander passen muss. Das ist dann eher schon so ein Frauengedanke. Aber wir helfen Ihnen ja. Also wenn Sie den Ohrstecker zum Beispiel jetzt bestellen, dann seien Sie beim nächsten Mal so clever und bestellen Sie das Armband passend dazu oder die Kette passend dazu. Dann haben Sie immer ein Folgegeschenk, wo Sie sich dann gar nicht mehr so viele Gedanken drüber machen müssen. Die Frau aber denkt, wow, jetzt hat er sich wirklich selbst übertroffen. Und mehrere Schmuckstücke, die ich kombinieren kann. Das freut uns, Frau. Ja, das ist ganz, ganz fantastisch. Fantastisch einzigartig. Und hier sehen wir nochmal diesen süßen kleinen Ohrhänger hier in dieser Würfelform mit der Kristallverzierung. Selbstverständlich auch hier vergoldet. Das glitzert und glänzt und macht es einfach einzigartig und besonders. Für 23,66 Euro kommen unsere Würfel zu Ihnen nach Hause. Der absolute TV-Sonderpreis auch hier wieder für Sie natürlich. Mit der NX 38, 41 und der 569 bekommen Sie diese tollen Ohrhänger in dieser süßen Würfelform mit so vielen glitzernden, goldenen, kristallen, böhmischen Kristallen. Das ist ein richtiges Highlight und da werden Sie bestimmt auch oft darauf angesprochen werden. Und jetzt kommen wir zu unserem Klassiker. Eines meiner liebsten Ohrstecker bzw. Hänger, das ist die Kreole. Eine Kreole ist ganz klassisch. Die gibt es schon seit Ewigkeiten. Und auch diese Kreole hier besonders schön gestaltet mit diesen tollen Kristallen besetzt. Die Größe finde ich hier das ausschlaggebende. Schauen Sie mal, die ist wunderschön von der Größe wie die Glitzer. Schau mal hier. Wahnsinn. Ja, das funktet und glitzert. Ist das schön gemacht. Und hier wieder vergoldet diese Kreole. Sie sehen es ganz toll gearbeitet. Ein voller Innenbereich. Das ist jetzt keine ausgehüllte oder sowas, sondern da sieht man, dass es ganz tolle Qualität ist, weil die hier sogar ausgehüllt ist. Wunderschön vergoldet und dann mit diesen tollen böhmischen Kristallen hier besetzt. Am Ohr einfach nur ein Hingucker. Ein ganz klassischer Hingucker. Du trägst sie auch sehr gerne. Sieht auch bei dir hervorheben aus. Ich finde sie wunderschön. Schau dir das an. Das ist etwas ganz klassisch, was man im Alltag sehr gut tragen kann. Aber auch am Abend, hier sehen wir sie mal von vorne, ist das toll. Du hast es eingangs gesagt, Kreolen gibt es schon immer. Und das ist ein Schmuckstück, das nie aus der Mode gekommen ist und auch nie kommen wird. Das ist zeitlos schön, muss man ganz klar sagen. Zeitlos schön, gerade auch hier in diesem wunderschönen Design. Also vergoldet mit diesem böhmischen Kristall. Das ist einfach ein zeitloses Design, welches Ihnen immer viel Freude bereiten wird, was man zu jedem Outfit tragen kann. Egal mit welcher Haut und Haarfarbe, da muss man sich keine Sorgen machen. Und gerade diese Kreole finde ich von der Form und von der Größe her ideal. Die stößt irgendwo an, ich habe schon Kreolen gesehen und auch getragen, die waren zu groß. Dann stören sie dich. Das stimmt. Oder zu eckig gearbeitet, dann piken sie dich irgendwo. Oder die Haare verheddern sich drin. Diese Kreole, die ist wirklich pfiffig und ganz, ganz edel gearbeitet. Man sieht es hier, alle Ecken hier oben auch. Da schauen wir mal ganz genau drauf. Das ist alles ganz leicht abgerundet. Da ist nichts irgendwie kantig oder eckig, was Sie irgendwo an der Haut stören könnte. Das ist wunderschön gemacht. Auch die Steine, durch diesen wunderschönen Schliff hier, diese Kristallsteine, da ist nichts irgendwie piekig oder so. Das ist wunderschön dann auch an Ihrer Haut. Und von der Größe her, wenn Sie die am Ohr haben, Sie können auch nochmal bei der Jana schauen. Das ist perfekt. Schau mal, wenn man das sieht, das ist die wunderschöne Größe, um das Ohr hier quasi dann toll abzuschließen. Um nochmal diese Länge zu geben, um das so ein bisschen zu verlängern in Richtung Hals. Also wunder, wunderschön gearbeitet. Und hier sieht man sehr schön nochmal, wie das funkelt. Also einfach nur ein Traum. An jedem Ohr ein absoluter Hingucker, ein Traum. Und auch hier für die 23,66 Euro finde ich das fantastisch. Es ist fantastisch. Und Sie machen alles richtig, wenn Sie Kreolen tragen, liebe Damen und Herren. Wenn Sie Kreolen verschenken, machen Sie auch alles richtig. Also hier kann man nur alles richtig machen. Deswegen heißt es jetzt bestellen. Bestellen Sie diese wunderschönen Kreolen mit diesem böhmischen Kristall. Die perfekte Größe. Es ist auch wieder so ein Highlight. Und egal zu welcher Haarfarbe. Sie können das ganz, ganz toll tragen mit blonden Haaren. Aber auch mit schwarzen Haaren haben wir hier eine Kollegin, die auch wahnsinnig gerne diesen Schmuck trägt. Sieht fantastisch aus. Das ist zeitloser Schmuck, der jedem steht. Und gerade wenn Sie vielleicht auch schon Kreolen zu Hause haben, wenn Sie die gerne tragen, bestellen Sie sich doch jetzt für den kleinen TV-Sonderpreis noch ein zweites Paar Kreolen mit dazu. Gerade hier mit diesen tollen böhmischen Kristallen mit den Glitzersteinen. Da kann man sich mal ein zweites Paar einfach gönnen, das sich zulegen. Und dann vielleicht auch am Abend tragen, wenn man es dann ein bisschen glitzriger haben möchte. So die Tage, man hat so seine Tage, wo man ein bisschen auffallen möchte. Wo man vielleicht ein ganz schlichtes Outfit auch trägt. Vielleicht auch mit einem schönen schlichten Twinset oder auch mal der Rollkragenpullover. Und da muss dann einfach, um das Outfit ein bisschen aufzupeppen, der richtige Schmuck her. Sie kennen das. Und dann legen Sie ein bisschen los, machen Sie ein bisschen Glitzer. Und gerade hier mit unserem böhmischen Kristall. Das sieht wunderschön aus. Dann eine schöne Kette dazu. Noch ein schönes Armband. Das peppt jedes schlichte Outfit dann auch auf. Deshalb unsere Kreolen. Ich liebe Sie total. Eines meiner absoluten Lieblingsprodukte hier. Und ich hoffe auch für Sie ein absolutes Highlight dann. Zum TV-Sonderpreis für nur 23,66 Euro, liebe Zuschauer, können Sie jetzt bestellen. Markenqualität von St. Leonhard. Ohrstecker in dieser wunderschönen, zeitlosen Kreolenform mit der tollen Kristallverzierung, mit den böhmischen Kristallen. NX 38, 46 und die 569. Ein absolutes Highlight wird es sein an Ihnen oder, liebe Herren, wenn Sie es verschenken, an Ihrer lieben Frau. Also da kann man wirklich nicht falsch machen. Genauso wenig wie mit unserem nächsten wunderschönen Armband. Und ich lege es hier mal so schön hin. Vielleicht ist es Ihnen auch aufgefallen, ich trage es sehr, sehr gerne, habe es auch die gesamte Zeit hier schon um. Wenn man da mal schaut an der Hand. Das ist ein ganz feingliedriges Armband. Und dann sind hier diese tollen Glitzer-Elemente eingesetzt. Schau mal hier, das sind fünf kleine Kugeln, die jeweils mit diesen böhmischen Kristallen hier besetzt sind. Und das ist mal so ein richtig feiner Hingucker am Handgelenk. Was ich an dieser Kette hier hervorragend finde, wir tragen ja hier momentan keine Uhren im Studio. Aber wenn Sie jetzt zu Hause, wenn Sie immer eine Uhr am Handgelenk haben, wenn das vielleicht auch eine schlichte Uhr sein sollte, peppen Sie die ein bisschen auf. Setzen Sie das Armband an die Seite, wo auch die Uhr ist. Das ist so mein kleiner Tipp, das schafft gleich einen ganz anderen Effekt. Das macht es sehr, sehr interessant. Also Sie können da gerne dann auch kombinieren. Es gibt tolle Einstellungsmöglichkeiten hier, man sieht das sehr schön. Ich habe Sie jetzt auf das Armband auf sehr eng eingestellt, weil ich das mag, wenn Armbänder gerne sehr eng am Handgelenk liegen. Sie können es aber selbstverständlich auch weiterstellen, perfekt auf Ihr Handgelenk einstellen. Schauen Sie, ich habe es ganz eng jetzt bei mir gemacht. Sie können selbstverständlich hier auch noch variieren. Da ist einiges an Spiel und da sieht man mal, wie schön feingliedrig das hier gestaltet ist. Und hier, oh, wenn man das reindreht, wie schön das hier im Licht glitzert und funkelt. Also ein absolutes Highlight, diese Kette. Ich finde sie wunder, wunderschön. Wunderschön. Und wir haben Ihnen versprochen, dass aller Schmuck kombinierbar ist. Und ich erinnere Sie an die Ohrringe, die Katja als allererstes getragen hat. Hast du sie noch an? Ja, selbstverständlich. Wir können mal schauen, weil er zum Beispiel auch mit den Ohrringen jetzt zum Beispiel, die ersten, die wir Ihnen gezeigt haben, da kann man das sehr gut sehen. Das ist toll, oder? Die fantastische Kombination. Also hier einmal ganz toll die Ohrringe und dann dazu passen, selbstverständlich, das Kettchen. Das funkelt zusammen, das glitzert zusammen, das geht wunderbar. Aber zum Beispiel auch mit der Kreole. Die Jana hat noch die Kreole dran. Wenn Sie jetzt gesagt haben, Sie möchten die Kreole haben, schauen Sie mal hier. Auch das geht wunderbar miteinander. Wir zeigen Ihnen gerne. Das ist alles toll zu kombinieren, weil es quasi aus dem gleichen Stil kommt, aus der gleichen Machart ist. Und dann perfekt in diesen Kombinationen ist mit dem Ohrring und dann dem Armband, selbstverständlich auch die Ketten. Die anderen Armbänder, die wir Ihnen noch zeigen, am Reifen, die wir im Angebot haben, das ist alles untereinander hervorragend zu kombinieren. Können da ein bisschen spielen, was Ihnen gefällt und dann zugreifen. Das macht das Schenken halt sehr, sehr leicht. Dann auch für die Herren, wie wir es gesagt haben, wenn Sie da was suchen, vielleicht jetzt zum Geburtstag, dann noch eine Kleinigkeit zum Valentinstag. Fangen Sie an, schenken Sie immer aus dieser St. Leonhard-Reihe mit dem böhmischen Kristall. Das ist untereinander alles perfekt kombinierbar. Und Sie hinterlassen bei der Dame einfach einen bleibenden Eindruck, weil die denkt sofort, oh, Sie haben sich aber Gedanken gemacht. Sie haben hier toll den Schmuck zueinander ausgewählt. Sie haben sich erinnert, was Sie als letztes geschenkt haben zum Beispiel. Und das ist dann wirklich etwas, das Ihnen die Dame sehr hoch anrechnet. Also meine Herren, bitte zugreifen, das ist wunderschön. Was auch toll ist bei diesem Schmuck ist natürlich, dass es jede Altersgruppe, jederzeit tragen kann. Ich kann mir dieses zarte, süße Kettchen jetzt auch sehr gut an einem kleinen Mädchen vorstellen. Ja, das ist das erste Mal hier Schmuck trägt und das ist auch so ein bisschen verspielt. Und durch dieses Zarte finde ich es auch gerade für Mädchen, die vielleicht das erste Mal so Schmuck anlegen, vielleicht mit 13, 14, das erste Kettchen mit diesen tollen böhmischen Kristallen. Wunderschön, hier sehen wir es nochmal, wie das glitzert und funkelt, wie schön es gemacht ist. Dieses feine, feine Armband, auch selbstverständlich hier mit diesen tollen Verzierungen in diesem Gold gehalten, in dieser goldenen Farbe. Also ein Traum, wunder, wunderschön und dann ein bisschen kombinieren. Gerne, wie gesagt, auch mal zu Uhr einfach anlegen oder ganz schlicht auch über den Pulli. Wenn Sie zum Beispiel einen langen Rollkragenpulli anhaben, mit einem langen Arm auch, wo der Arm lang genug geht, dann ruhig mal drüber anziehen. Also der Pulli drunter und dann das drüber, das macht sehr viel her und schafft dann auch bei Ihren Freunden und Bekannten einen bleibenden Einrück, da bin ich mir sicher. Wie du gerade gesagt hast, man kann es einfach immer und überall tragen und auf jedem Kleidungsstück. Das ist dieser tolle Schmuck von St. Leonhard, zeitlos und wunderschön. Und hier sehen wir es nochmal für 18,91 Euro, ein absoluter Sonderpreis. NX 3840 und die 569 für unser Handgelenkkettchen mit den fünf kleinen Kügelchen, mit der tollen Kristallverzierung natürlich vergoldet. Also wunder, wunderschön und jetzt zu bestellen. Aber natürlich haben wir noch mehr Armschmuck im Programm und da kommt einer meiner Lieblingsstücke. Du trägst ihn auch schon die gesamte Zeit. Der ist wunderschön. Wir sprechen hier von einem wunderschönen Armreif aus dem Hause St. Leonhard, wo die Enden quasi hier des Armreifs, welche hier so überlappend gearbeitet sind, verdickt sind und dann hier mit diesem böhmischen Kristall besetzt worden sind. Und schau dir das an, der Effekt ist fantastisch, den wir hier haben, wie das glitzert, wie das funkelt. Wir sprechen hier von einem flach-ovalen Reif, das sieht man jetzt sehr gut. Flach-oval in der Form, Sie sehen es, das ist keine ganz runde Form, sondern dieses leicht flach-ovale. Das hat den Vorteil, dass es sich sehr gut an das Handgelenk anschmiegt, sehr gut am Handgelenk anliegt. Diese flach-ovale Form ist unglaublich beliebt und ich finde es schön, dass das so gearbeitet worden ist. Wenn wir jetzt mal nach innen schauen, sehen wir hier schön, dass hier diese Enden auch hohl gewölbt gearbeitet worden sind und so leicht punziert, das heißt geschlagen an der Innenseite dieser Effekt. Wunderschön gemacht, sehr, sehr edel und einfach ein kleines Meisterstück. Gerade am Handgelenk immer wieder ein Hingucker. Sieht auch bei dir fantastisch aus, Jana. Ich liebe es, weil es so ein ganz spezieller Armreif ist. Man kennt so die normalen Armreifen und die Kettchen, aber hier, finde ich, hat St. Leonhard hier unser Schmuckhersteller sich wieder selbst übertroffen. Es sieht für mich aus wie so eine Schlange, möchte ich fast sagen. Hier so das Köpfchen und dann geht sie einmal außenrum und trifft sich hier wieder. Das Design ist einfach etwas ganz, ganz Spezielles und das bringt natürlich dann dieser Armreif hier zum Ausdruck, dass auch Sie ganz speziell sind und einen sehr guten Geschmack bewiesen haben. Also das ist ein ganz, ganz tolles Armreif, mein absoluter Favorit. Ich zeige hier nochmal die Schließe an der Seite, weil auch das ist fantastisch gemacht worden einfach mit sehr viel Liebe zum Detail. Da ist der zu öffnen und dann wird der hier einfach quasi wieder ineinander gesteckt und verschlossen und das ist ganz unauffällig gemacht. Sie sehen hier ist das Element auf der anderen Seite, sodass Sie den hier wunderschön anlegen können, dann dementsprechend einfach öffnen. Schauen Sie da, so wird er angelegt. Geht auch wunderbar alleine, weil oft hat man ein Problem, gerade bei den Armkettchen. Ich habe das auch mal, auch wenn ich dieses hier anlege zum Beispiel, das ist schon ein bisschen Fisselei und viele sagen dann, gibt es da nicht was, was einfacher umzulegen ist, was ich auch selbstständig anlegen und schließen kann. Ich kenne das immer von meiner Oma, die sagt dann auch mal, oh, gibt es da nicht irgendwas, was einfach so dran geht oder so ein bisschen flexibler ist. Hier, ganz einfach, das können Sie alleine dranlegen, anlegen durch diesen tollen Clipsverschluss und auch wieder abmachen. Da brauchen Sie keine Hilfe. Also wunderschön, traumhaft, dieser tolle Armreif, selbstverständlich auch hier aus dem Hause St. Leonat. Das hat wieder Markenqualität mit diesem tollen Verschlusshaken. Also und diese Kristalle, wie die glitzern, wie die funkeln, oder? Also ich finde es ganz toll, dieses böhmische Kristall ist einfach immer wieder ein Hingucker, weil es einfach so schön gemacht ist. Gerade auch im Licht, wenn Sie dann irgendwie beim Einkaufen sind oder dann noch abends unterwegs sind, vielleicht irgendwo schön im Restaurant was essen. Wie das glitzert. Schauen Sie mal hier im Licht, wie das ausschaut. Das ist wunderschön und edel gemacht. Es ist einfach auch so, du bist ja auch ein Schmuckträger. Du trägst ja eigentlich immer Schmuck, wenn ich dich sehe. Und hier kann man eben das kombinieren. Wenn man vielleicht mal nur einen Alltagslook hat, dann vielleicht mal nur die schönen Ohrringe. Und wenn Sie dann aber abends weggehen und vielleicht das kurze Schwarze anhaben, dann hier richtig auftragen mit Ohrringen, mit Armreif, mit einer Kette. Und alles perfekt kombinierbar. Da beweisen Sie Geschmack und werden ganz sicher darauf angesprochen. Du trägst viel Schmuck, also auch Alltagsschmuck. Aber du bist auch jemand, wenn du ausgehst, wo es dann schon ein bisschen mehr sein darf. Wenn ich ausgehe, dann definitiv ein bisschen mehr. Dann darf es richtig glitzern und funkeln. Und da liebe ich diesen Schmuck total. Weil das ist einfach jedes Mal wieder so ein richtiger Hingucker auch. Der setzt noch Ihr Outfit dementsprechend in Szene. Schau mal hier, das passt auch fantastisch zu meinem Ring. Oh, stimmt. Wunderschön. Merke ich gerade, wie toll das aussieht. Also Sie können hier toll kombinieren. Das andere Armband noch dazu. Ohrringe noch dazu. Schauen Sie einfach mal, was Ihnen da gefällt. Und dann hier das perfekte Set zusammenstellen. Und auch hier wieder ein fantastischer Preis für diesen Armreif. Das ist unglaublich. Das ist das Tolle. Wir machen das einfach bezahlbar, liebe Zuschauer. Es sieht so wunderschön aus und hat so einen kleinen Preis. 23,66 Euro ist hier unser TV-Sonderpreis für diesen wunderschönen Armreif. Mit der einseitigen Kristallverzierung. Vergoldet natürlich. Mit den böhmischen Kristallen hier ins Szene gesetzt. Es funkelt, es glitzert. Und das bekommen Sie mit der NX 3844 und der 569. Jetzt haben wir ja gesagt, man muss, wenn man ausgeht, dann schon ein bisschen mehr auftragen. Das heißt, Sie haben jetzt wunderschöne Ohrringe, einen tollen Armreif. Natürlich darf die Kette nicht fehlen. Genau. Und da habe ich meine Lieblingskette heute mitgebracht. Ich mag ja die Herzchen total gerne. Und das ist eine wunderschöne Herzkette hier auch aus Simhause St. Leonard. Ein echter, echter Blickfang. Und ich sage immer, das ist mein Herz für die Ewigkeit. Gerade wenn man so etwas verschenkt. Und schauen Sie mal, die Rückseite ist voll gearbeitet. Daran erkennt man auch hier den guten Schmuck. Also schauen Sie darauf, dass es ein volles Herz ist, wenn Sie sowas kaufen. Und auch hier wieder diese wunderschönen böhmischen Kristalle, die hier eingesetzt sind. Die Größe finde ich ganz fantastisch. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ich kann es Ihnen auch noch mal zeigen. Die Länge ist ja immer das Entscheidende. Und man möchte ja nicht, dass die Kette zu lang runterhängt oder dann auch zu kurz ist. Am besten, ich kann es mal bei dir zeigen, wenn du magst. Kommt mir. Schmuck mag ich immer. Schau mal, gerade wenn du dann eine Kette am Hals hast, möchtest du eine Kette, die eine schöne Länge hat. Das wäre jetzt eine ideale Länge, wenn man das sieht. Es darf halt nicht zu tief gehen. Weil sonst sieht es so aus, als ob es auf deine Brüste drückt. Das geht nicht. Schauen Sie, dass die Kette immer angenehm sitzt, dass sie schön das Dekolleté umschmeichelt. Und das sieht man hier jetzt sehr schön. So ist das einfach ideal von der Länge. Und das haben wir hier an Länge. Das sieht toll aus. Das setzt auch dann Ihr Dekolleté schön in Szene, lässt es schön funkeln. Also das ist ideal. So sieht das toll aus. So muss es sein. Und steht hier auch ganz fantastisch. Wir sehen es jetzt hier sehr gut. An einem ganz schlichten Oberteil. Was das für einen Effekt dann auch erzielt. Probieren Sie es mal aus bei sich zu Hause. Probieren Sie auch mal einen schlichten Rollkragen zum Beispiel. Und setzen Sie da dann das Herz drauf. Das schafft einen wunderschönen Effekt. Und hier sehen wir es nochmal, wie toll das aussieht, wie das glitzert. Wahnsinn. Eine wunderschöne Kette. Und natürlich auch so hochwertig. Und es glitzert. Und es ist St. Leonhard. Also da machen Sie absolut alles richtig mit dieser wunderschönen Kette. Und auch hier wieder 37,91 Euro. Das ist ein Preis, wo man wirklich zugreifen muss, liebe Zuschauer. Ketten generell finde ich immer ganz, ganz toll, wenn sie glitzern natürlich und funkeln. Aber diese Herzform, das ist auch etwas, was nie aus der Mode kommt. Ja, und gerade wenn du auch ein Geschenk suchst. Wir hatten den Valentinstag angesprochen, einen Geburtstag vielleicht. Man möchte gerade seinem liebsten Menschen sagen, ich schenke dir mein Herz. Ich schenke dir mein Herz. Ein Herz für die Ewigkeit. Und das kann man hier machen. Ich finde es ganz, ganz toll. Ich habe auch Herzen geschenkt bekommen und mit denen verbinde ich so viel, weil ich es einfach so schön finde. Und das geht hier so gut auch zu Ihrer Haut. Sie sehen dieses tolle vergoldete, dann diese Glitzerkristalle hier drin. Dieses tolle böhmische Kristall. Ganz toll geschliffen hier einfach. Das macht es aus. Also ein richtiges, richtiges Highlight. Und für den Preis einfach nur fantastisch. Denn ich zeige es nochmal. Auch hinten voll ausgefüllt das Herz. Ein kleiner Tipp von mir. Sie sehen es, es ist voll ausgefüllt. Sie haben die Rückseite und die ist hier großzügig. Nehmen Sie Ihr Herz, wenn es bei Ihnen zu Hause ankommt. Gehen Sie zu einem Graveur und lassen Sie etwas eingravieren. Oh, das ist echt voll easy. Das ist mein Tipp. Gerade vielleicht Initialen, einen Namen oder irgendwas. Also das macht es noch ein bisschen persönlicher. Und Sie haben hier die Möglichkeit, weil Sie diese volle Rückseite haben. Deshalb vorne dann die tollen Glitzersteine und auf der Rückseite vielleicht noch eine kleine persönliche Botschaft. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Idee. Denn Männer sind ja manchmal nicht so Meister der Worte und haben es mit Emotionen manchmal fair. Wenn Sie diese Kette verschenken, liebe Zuschauer, liebe Herren, dann brauchen Sie gar nichts mehr sagen. Mit dieser Kette ist alles gesagt. Und wenn dann noch eine Gravur hinten drauf steht, dann ist die Angebetete ganz sicher komplett sprachlos und glücklich. Diese tolle Kette dürfen Sie jetzt bestellen zu einem fantastischen Preis. 37,91 Euro mit der NXE 3847 und der 569. All unser Schmuck kombinierbar. Und jetzt würde ich sagen, es ist Ihnen überlassen. Bestellen Sie, stellen Sie zusammen, was Sie gerne verschenken würden oder sich selbst gönnen möchten. Denken Sie auch ein bisschen an sich. Bestellen Sie und dann wünschen wir Ihnen ganz, ganz viel Freude mit diesem wundervollen Schmuck von St. Leonhardt und diesen glitzernden böhmischen Kristallen. Viel Spaß beim Tragen. Viel Spaß beim Tragen.